Da blinkt was rot, zack, raus. Ich bin 17, ich bin vor dir. Oh nee. Ich bin schon wieder beschissen worden. Nee, du bist rausgefahren, Dirk. Ja, wollen wir mal? Weidmannsheil? Mhm. Ich bin auch der einfache Teil. Ja, leider. Bisschen nach runterbremsen. Ja, du hast recht. 122. Achte mal gleich drauf, was meine Best war. Hier kam jetzt die richtig Böse, ne? Oder? Jetzt. Wollen wir noch genau bremsen? Ja. Ist das gut? Du nicht rechts aufs Grün gekommen. Richtig. Ja, fühlst du gut gekommen. Kannst du knapp nachunterbremsen. 1,28 und deine Beste war 1,22. Ja. Genau. Ich wollte nur mal anmerken, dass ich da nicht rausgefahren bin. Doch. Nein, woanders. War das nicht die gleiche Stelle, an der du auch rausgefahren bist? Nee. Jetzt bin ich Position 20, das heißt, du bist an mir vorbei. Ich wollte nur mal anmerken, dass ich auf der Strecke davor meine eigene Bestzeit aufgestellt habe und die nicht vom Computer fahren lassen musste. Was soll das denn heißen? Ich meine, Bestzeit ist Bestzeit. Wer die jetzt gefahren hat... Ah, jetzt mach ich nur noch Scheiße. Darin ist eine enge Kurve. Ja. Gut, der lenkt dich nicht nur in die richtige Richtung, sondern der schiebt die auch. Ja, so wirst du nicht... Hm. Durch die Strecke. So, jetzt mal Konzentration. Rechtsrum. Also. Hä? Ja, der schiebt dich einfach geradeaus jetzt. Ja, hab ich gerade und deswegen hab ich mich gedreht. Ich glaube, ich wurde gerade überrundet. Bis. Oh, das nicht. Aber so, genau so, daran erinnere ich mich. Also so war es. Ein Fahrfehler und das war es eh. Ein bisschen nach dem 100er-Fehlbremsen. Ja. Das ist auch immer so klein. Ja. Ja. Das ist auch immer so klein. Ein ganzes Stückchen nach 100er-Fehlbremsen. Ups. Rechtsrumme. Egal, der muss in die Box. Ja, das ist aber wahrscheinlich der Senna oder so gewesen. Ohne gewonnen. Wo hat er dich jetzt hingesetzt? Hallo, ich würde nach... Danke. Ach, guck mal, jetzt kann ich mal hier rechts. Ich wollte sagen, jetzt kannst du hinter den herfahren, aber... ...hallo. Ne, der sitzt da eigentlich so richtig auf der Strecke. Ja, ich glaube, der Problem dabei, wenn die Strecke halt gerade einen fiesen Knick macht, oder eine Kurve, der versucht, die dem so parallel dazu zu ziehen. Und, bis das Position 25 oder 26 ist. Wahrscheinlich einer raus ist. Ne, sind wir aber 26 unterwegs. Jetzt kommen sie. 200? Ah, das war... Bisschen später. Ja. Probe, und zwar jetzt. Stopp, rechts. 1,21. Bisszeiten werden besser. Meine nicht, sechs Runden noch. Mit dem Dreher gar nicht so schlecht. Ach, das war die etwas längere? Ja. Bist du da oben? Ja. Jetzt rum. Oh. Gut, hier bleibt man nicht an Mauern hängen. Nee, das nicht. Das ist eine bessere Runde dann. Hoffentlich. 1,26. Kommen Sie. Kommen Sie. Vielen Dank. Das war besser. War wahrscheinlich noch zu früh. Bei dir auf der Sicht ist es nicht schnell. Achtung, runter, runter. Ich bin hier in Position 25? Ja. Jetzt bin ich 24, muss noch einer raus sein. Weiter, rechts, 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 rechts. Wir holen mich schon zum zweiten Mal. Ja. Ja, wurde ich aber angeschoben. Ja, hinter dieser Rote. 121002. Ja, guck mal, wo ich anziehe. Nee. Das ist dran gelöst. Ja. Was? Achso. Ja. Und auf dem Gas. Ganz gut. Da bist du auch noch nicht rausgerutscht vorher. Nee. War was Neues. Ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Gut, dass ich beim Kran gelandet bin. Der kann mich gleich wieder reinfahren. Ich weiß nicht. Bremsen. Bremsen. Die waren 2, davon muss man aber nur holen, die sind irgendwie... Bremsen wieder 26. Ach ja. Schade. Wenn du es kaputt fährst, fährst du wieder in die Box. Achtung gleich Rechtskurve. Da sind die beiden vor dir, der andere war nur eine Runde. Ja. Bremsen. Ir ob die Windschatten friend auch. Gefühlt hat das jetzt geholfen, oder? Ja, jetzt hast du einen auf jeden Fall überholt, der andere war wohl doch nur über Runden. Ah, Berger hat schon rum. Ah ja. Ach, das war die Scheiße. Nee, 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 nee. So, gleich, gleich, gleich. Jetzt reicht's. Und, jetzt. Und, jetzt. Der winkt nicht für mich. So, dann bist du, nein. Er ist auch da, ja. Ach so, okay. Weil, damit du nicht jetzt in, auch rennend in die Reihen fährst, die schon ihre Ehrenrunde dreht. Ah ja, okay. Ja, das war ja ernüchternd. Schauen wir uns die Zeiten an. 25 Minuten, oder? Halt, Moment, Moment, 54, nee, zwölfter. Doch. Wie, zwölfter? Ich bin zwölfter. Wie, du bist zwölfter. Weil ich gerade das Rennen, äh... Ja, genau. Das Rennen schön nach Hause geschaukelt habe, während ich nicht da war. Ja. Äh, der Computer fährt offensichtlich besser als ich. Ja. Ja, du bist nicht letzter. Na, stimmt. Es waren noch zwei von mir, die nicht mehr durchs Ziel gegangen sind. Gut. Das war's eigentlich, oder? Ja, ich meine, wir können uns jetzt hier nochmal... Äh, nee, Konstrukteur, wollte ich nicht sehen. Äh, kriegen wir alles nicht, weil... Dafür waren wir nicht weit genug vorn. Nee, ich wollte mir... Das wollte ich mir angucken. Ach gut, da gibt's jetzt auch nicht so viel zu sehen, ne? Ja, wir gehen weiter. Senna ist nur Achter geworden. Van de Poole, Pöhl, ist diesmal schlechter gewesen. Der Winkel ist gar nicht mitgefahren. Gar nicht erst mitgefahren. Nee. Alberto, keine Ahnung. Karl Wendling, auch. Matt Damon. Wo sind wir denn? Ganz unten? Ganz unten. Ja, du bist auf jeden Fall besser geworden. Ich bin auf jeden Fall schlechter geworden. Hm. Also immer derjenige, der, äh... Zuletzt fährt, hat die Arschkarte. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für dieses Mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.